Musik 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 Bitches liegen auf uns League of Legends Brrrr yeah boi Moin Mädels, Moin Jungs Ich bin's hier Euer Rock'n'Roll Kalle, nicht wahr? Denn heute Bei Eskimo Callboy Was steht dir das? Ich lebe das live Boah, so Ja, jetzt bin ich auch fertig Ich wollte euch noch ganz kurz meine Crips zeigen Hier schlafe ich, Master Bedroom Und hier, Master Scheißhaus Look at the nice water on the floor It's a feature, not a Mistake, Junge Also bei mir läuft Nicht wahr? So Ja, also So Hotel is very nice And now we go to the street And meet Gerrit over there Noch mit nem physischen Schlüssel Kleine Karte Grüße gehen raus, übrigens an Sterzig Der hat mir hier die geile Kamera ausgeliehen Die Legria Geiler Typ Schau doch mal vorbei So hier, Fenster Ich hoffe Gerrit ist noch nicht da Und fährt ohne mich Das wäre so blöd Wie bekomme ich hier raus? Egal Morgen Das ist ja ein toller Laden hier Ich gehe zu den Callboys Gerrit kommt hoffentlich bald Tschüss Tschüss Ja Also falls es jetzt eben nicht so rüber kam Ich bin heute bei Eskimo Callboy Und wir machen einen eigenen Song Übrigens ist das hier der Eingang zu meinem Hotel Da haben sie sich nicht rumlassen Die Jungs Gerrit du bist zu spät Muss Muss gar nichts Pssst Daniel Sun, was bastelst du da? Der Kevin kann übrigens jetzt gleich direkt nochmal losfahren Warum? Weil er das Keyword zur heutigen auch nach einer Session vergessen hat Welches Keyword brauchen wir denn heute? Der hat ja sowas zuhause, so Kinderspielzeuge Ja Und da ist ein Keyword bei Und das hat genau den Sound den wir brauchen Wir wissen mit dem Ding da, reicht das nicht? Ne, das kann nichts Aber du wirst ja sehen, er hat es vergessen, hundertprozentig Soll ich immer fragen? Frag mal Hast du es vergessen? Ja, was soll ich sagen? Das Ding ist, guck mal Ihr müsst mal so denken Wir machen die ganze Zeit da Professional Music und so Und haben die krassesten Sachen am Start Ihr habt es gesehen, Equipment noch und nöcher So, danke für die Kooperation an der Stelle Booty Aber Die wahre Soundpower Diese wahre Soundpower Wurde vor kurzem erst entdeckt Und die hole ich jetzt Und was das ist, das werdet ihr gleich sehen Viel Spaß Richtiges Obfahren, ne? Richtiges Obfahren Hi! Hallo Hallo Hi Ja Ja Ciao Leute, ja Wir sind jetzt, äh, Gerrit und ich Sind jetzt in Castrop-Brauxel angekommen Äh Ne? Da vorne wohnen sie Da gehen wir jetzt mal rein Und dann schauen wir mal, was die Callboys so machen Und dann machen wir auch was, ne? So, da sind wir auch schon hier bei den Eskimos, nicht wahr? Äh, machen jetzt hier schön, äh, einen Song Ja, ich sag mal, wir ballern richtig einen weg, sag ich mal, hast ja gesagt Ja, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch schon gehabt, so, ne? Und das Meeting, das Briefing, ein kleines Briefing und, äh, heute muss laut sein, oder? Heute muss laut sein, ja Wir werden tatsächlich, ähm, einiges, äh, vorhaben Wir machen jetzt einen Song Ja, Daniel, du hast schon ein bisschen was rausgesucht, ne? Ich hab schon, ich hab schon angefangen mit dich Ja, du bist irgendwie so der Normalste von den Leuten Ja, ich bin jetzt wirklich Ich bin auch der Einzige, der arbeitet Hier, Nico ist den ganzen Tag hier mit seiner scheiß Playstation 5 beschäftigt Geht's aus, geht's aus Hat FIFA, ja, ja, FIFA installiert hier nebenbei? Ja, für das Allgemeinwohl Ich dachte, ich werde jetzt Musik haben Pass auf, pass auf, ganz kurz Das Ding ist, wenn du willst, dann hat er nachher was schreit, ne? Dann brauchen wir Muss er mal in Werbung machen, dann müssen wir dieses Spiel hier, das brauchen wir dann, weil Der Kevin verliert bei dem Spiel, in der Regel Und, äh, komm, komm Sie ist jetzt schon, also, das macht man mit ihm Und wenn der dann, wenn der dann schreit Wenn der dann, wenn der dann, wenn der dann schreit Ich schreit aber auch, weil es unfair ist, also, das ist unfair Und zwar hab ich euch angerufen und ich hab so gedacht, hey, ist ja mal mega cool mit euch gemeinsam einen Song zu machen Der Kevin brüllt ein bisschen rum, der Nico mit seiner engelsgleichen Stimme, ne? Dann knallt mal einen raus, Daniel an der Tastatur, dann macht er Was machst du eigentlich? Ich weiß es nicht Und ich wollte ein bisschen rappen, hab ich mir gedacht, ne? Und was es noch nicht gibt, ist heute, ich meine, wir alle kennen Spandauer Hardbars Und mittlerweile verbindet jetzt man sogar hyper hyper mit Spandau so ein bisschen, ne? Zumindest mit dem Tanzpark am Ende Aber es fehlt bis heute, behaupte ich, eine richtige Spandau-in-die-Fresse-Hymne Mit ein bisschen Geballere und rumschreien und alles Ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr ernste Songs macht Und dass ihr auch quasi auf einer sehr hohen, professionellen Ebene Musik produziert Genau Und deswegen dachte ich, komm ich zu euch Dann bist du hier an der richtigen Adresse Besteste Adresse Ja Was glaubt ihr, würde denn kicken? Was würde denn knallen? Also ich, ich hab ja echt so ein, ich kann auch musikalisch und bunt am Weg sein Ich weiß nicht, was alles möglich ist Metal und Hardstyle Ja Auf jeden Fall, also schnell Ja Also ich finde, pass auf, ich finde, das sollte so Spandauer Hardbars So als, ich sag mal so, als Grundlage Ja Mit so einer richtig geilen Prise Eskimo Korver So, ne? So, da muss es Härte haben Da muss es auch mega eingängig sein So richtig schön catchy So, sowas Wir haben da ja ganz viele Instrumente und irgendwelche Regler, ne? Das ist viel zu kompliziert, um das jetzt zu erklären Sorry, aber da muss man ein bisschen auch sich mit beschäftigt haben Ja cool Also Freunde, wir gucken mal, was da abgeht, ne? Und Gerrit lernt nochmal mit der Kamera ein bisschen tiefer zu gehen Und dann klappt das auch mit einem geilen Video, ne? Also Wir Wir gehen dann jetzt mal in die Tablets Und dann gucken wir mal, was abgeht Das Instrument wird endlich geholt Aber Könnte mir einer helfen, ey? Das ist lang war ein bisschen übertrieben, ey Das steht hier rum Kalle Kannst du mal mit anpacken? Das ist ein bisschen viel Das Spezial-Keyboard, was der Kevin hat Was hast du denn da drin? Oh, 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 oh Was habt ihr denn da drin? Ziegelsteine? Aber du wirst es nicht bereuen Der Sound, der da rauskommt, ne? Ist das eine Furzmaschine? Lange gespart Also es gab drei Weihnachten, keine Geschenke und so Für alle Für alle Deswegen Du kannst ja eine Seite mal mit aufladen Ist alles okay Ist gesichert Okay, dann lass uns mal Oh 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 Also da Macht das wirklich Geräusche? Nur erste Stufe Weil die zweite Da fliegen dir die Ohren weg, Alter Warte Okay Das macht schon von ganz alleine Macht das am Baum Macht vor der Pulle Nee, wir müssen also Das ist wirklich das Schlecht fürs Gehör auch So, ne? Du merkst halt einfach Es versteckt sich hinter dem Gewand eines Klaviers, ne? Ne? Man merkt, das muss halt richtig bedient werden Aber hier, äh Ne Ja Ja Aber hier oben versteckt sich halt diese Taste hier Mhm Und wenn du die drückst Ich versteck das jetzt mal einfach ein bisschen Wenn du die drückst Das ist einfach direkt Mhm So, zeig mir den Hit jetzt, komm Oh, scheiße Das ist es Und jetzt ist die ganze Maschine auf Party ausgelegt Ja Verstehst du? Ja Alter Ja, Mann So Du hörst schon den Jumpstyle Bassdrum, weißt du? Alter Ja, Mann Nicht genau den Junge, das Ding brauch ich für meinen Stream Okay, Alter Wäre geil fürs Intro Ist ne geile Melodie, ne? Das brauchen wir jetzt Ne, das nehmen wir jetzt auf direkt Und dann speeden wir das ab Ja, ja Schließ an das Teil Schließ an das Teil Schließ an das Teil Ja, ja, pass auf Kann mal einer mit anpacken eben, Nico? Ja, klar, warte Warte, warte Warte Wenn das einmal zu fester auf irgendeiner Kante landet Ja, 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 da musst du aufpassen Ein Kratzer hat direkt ein Tausenderflöten gegangen Okay, haben wir Okay Ja, schließ an, mach fertig Den ersten Sound nochmal, bitte Nee, den Dö, dö 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 Jetzt musst du abschneiden Ja, aber das sind ja tatsächlich die ganzen Einzel-Sounds, um das zu spielen, ne? Wenn du ein Achtzeiler hast, weißt du was ich meine? Dann hast du Spandau, Kastrop als Schlagwörter, dann hast du da 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 und dann sofort Kale Eskimo, da 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 vielleicht macht es Sinn, dass man da irgendwie Kale Eskimo, weißt du, dass du da vier Zeiler hast und dann... Ich hab halt, können wir auch so machen, ich hab halt gedacht, dass genau nach dem Block erst abgeht, also quasi Spandau, Kastrop, E-Raum, Kopp, Kale Eskimo, ja das macht die Kinder froh, Bus fahren, abtauben, weißt du was ich meine? Das ist immer so ein bisschen, was von ihm, was von uns, was von uns so. Du musst mehr Assi rein, das ist schon fast zu vernünftig. Beim Schreiben müssen wir immer dran denken, wo fangen Leute an die Köpfe zu schütteln, weißt du was ich meine? Und das muss der Anspruch sein. Das kommt jetzt noch. Spandau, Kastrop, E-Raum, Kopp, Kale Eskimo, ja das macht die Kinder froh, Bus fahren, abtauben, richtig einen reinschrauben. Ich finde das echt gut, wie kreativ Niko und Keren sind. Es macht mir so viel Spaß bei Eskimo Callboy zu sein. Ne Niko? Es macht ihm richtig Spaß bei Eskimo Callboy zu sein, schlägt doch einfach mal mit ein. Ja, ich mache jetzt auch Lyrics. Aber Gönnung ist die Spalte-Kaffee schon mal ganz witzig, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt alles so dieser Shout-Part noch, ne? Das ist ja im Endeffekt wie so eine Strophe. Da kannst du auch einfach mit deiner Stimme drüber, dass man so ein bisschen die Verständlichkeit hat, weißt du? Ja. Und dann, wir layern das meistens auch so ein bisschen, dass immer so eine Rap-Clean-Voice ist und er doppelt dann so ein bisschen wie im Hip-Hop eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, wir können ja auch beides einfach mal mitnehmen, so bei der Aufnahme. Dass wir sagen, ich rapp das einmal, Kevin schaute das einmal, vielleicht du singst es auch einmal und dann haben wir halt Optionen, wie wir es dann zusammenklappen. Wir sind ordentlich am Brainstormen und ich halte mich noch ein bisschen zurück tatsächlich, weil ich gar nicht... Gerrit, wink doch mal. Ja, tatsächlich sind Kevin und Niko extrem kreativ. Jetzt mal Realtalk. Die sitzen da und haben sofort irgendwie zehn Lyrics, also zehn Sätze rausgeknallt und das passt einfach perfekt zu dem, was wir uns wünschen. Ich bin sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt und jetzt gibt's Abfahrt. Genau. Wir haben eine zweite Sprache und alle sofort. Wir quatschen, nein, nein, es kommt jetzt Ehre, 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 Ehre. Das ist so geil, guck jetzt mal. Kastrop, Spandau, Fühlschwappen, Allablauch, Holbro, Köchehen, Stil, Gesamt-Affat-Spring-Stil, also Jumpstyle, ne? Lampartymorch, Spitz, Jogginghose, Topf, schnell ein Reinschrauben, gönn und wüsst die Schwarte, Kopp am Morgen eben ab. Das ist ja nicht so geil, ne? Das darf wohl schnell sein, das ist ein Blümchen. Ja, ist das so? Wenn ich nicht, ne? Das ist klar, dieses Start ist so schnell sein. Alles vollzweig, also Hände hoch, wenn du schissen auf deinem Gehirn. Ja, du möchtest irgendwas anders machen an deinem Name, quasi. Ich würd tatsächlich vielleicht einmal ne andere Stimmlage ausprobieren. Ja. Wobei ich die eigentlich ganz cool finde, glaub ich. Yo, 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 yo! Ne, das ist relativ, relativ flott. Ja. Aber hab ich Bock drauf, Alter. Kennst du das doch? Ich wiederhol's, find ich geil. Kalle, Kalle, Eskimo. Ja, das macht die Kinder froh. Ja, das klingt auch direkt wie so ein Werbeslogan, find ich cool. Mag ich. Ich hab keine Luft mehr. Nochmal. Busfahren. Abtauben. Richtig einen reinschrauben. Gönnung, bis die Schwarte kracht. Kommt an Bord, wir heben ab. Ribbidi Ribbidi. Jetzt bin ich weit drin, ne? Jack 1, 2, Ehre in den Arsch. An dem Gerät ganz links. Ja. Ja, das passt. Das passt. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau. Callboy, Koschinski. Ehre, Abfahrtspringstil. Lahn, Party, Morspit. Jogginghose, Topf, Schnitt. Achso, soll ich direkt nochmal, oder? Soll ich direkt nochmal, oder? Ja. Das knallt, ey. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau. Callboy, Koschinski. Ehre, Abfahrtspringstil. Lahn, Party, Morspit. Jogginghose, Topf, Schnitt. Hyper, Hyper, Mamma Mia. Beste Kombo. Immer wieder. Ja, Mann. Ähm. Mega. Richtig geil. Ich frag mich gerade, ob wir Nikos Dings überhaupt brauchen. Also ob wir das nicht einfach von Kalle auch zweimal machen. Ja, würde ich auch. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau. Callboy, Koschinski. Ehre, Abfahrtspringstil. Lahn, Party, Morspit. Jogginghose, Topf, Schnitt. Hyper, Hyper, Mamma Mia. Beste Kombo. Immer wieder. Ja, ich hab das schon mal gemacht. Ist auch geil. Das Feeling. Raum. Luft. Music. Ja, cool. Tschüüüü. Ja, das war eine tolle Erfahrung. Hat Spaß gemacht? Ja, war auch richtig geil. Also sowas kann ich mir auch öfter vorstellen. Hallo? Soll ich? Ja, gut. Ja, wir sind fertig. Ja, geil. Ja, lass mich mal ein bisschen einschreien, sonst hört sich die Ersten eh scheiße an. Hey! Fuckt uns! Hey! Yeah! Fuckt uns! Yeah! Fuck! Yeah! Yeah! Off your top Instagram and TikTok! TikTok! Auf your top Instagram and TikTok! Das ist eine ganz tolle Erfahrung für mich, vor allem hier im Tonstudio, mal so ein paar Sachen professionell aufzunehmen. Ja, hat richtig Bock gemacht. Und ich bin sehr überrascht, dass das Ergebnis von meiner Stimme auch so gut ankam. Die Jungs hatten die ganze Zeit mega Bock, das hat mich ultra geflasht und waren auch die ganze Zeit so mega supportive. Der Pascal, der hat direkt eine Location klargemacht für den Dreh, für den Videodreh. Der Daniel hat dann einfach die ganze Zeit den Song fertig gemixt, so quasi. Der sitzt den ganzen Tag nur vor diesem Computer und man baut da Bausteine zusammen. Text-Session hatte ich dann mit dem Nico und mit dem Kevin. Es ist einfach ein richtig geiles Projekt und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Denn jetzt mal Realtalk, diese ganzen Faxen, die wir machen, was auch heute einfach eine richtig geile Sache ist. Es ist mal ein richtig geiles Projekt und ich bin sehr stolz, dass wir es durchgezogen haben. Und danke. Na, weiß ich jetzt. Sehr gut. Und dann jetzt noch mit meinen Fressen. Ja.